Die Sonne geht auf. Prima, kein Regen, alles weg. Das wird ja echt super fürs Vieh gebrennen heute Abend. Der Kaffee brutzelt schon hier. Ohne Kaffee morgens, das geht gar nicht. Komm ich gar nicht auf Tour. So, das Wichtigste ist aber draußen. Der Bierkasten. Oh, ist das glatt hier du. Ich hätte mich fast hier gerade aufs Maul gelegt. So, das kriegst du. So, also die Sachen hier auf der Kartenzeit legen. So, also die Sachen hier auf der Kartenzeit legen. Ich habe auch so ein bisschen aus der Kartenzeit. Lasst euch schmecken. Ja, auch mal. Guten Hunger. Holger, holger, holger. Holger, holger. Ja. Holger, holger, holger. Auf die Pumpe. Was ist denn hier? Ja. Auf die Pumpe. 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 Hen". Untertitelung. BR 2018 Ja, es ist gestern natürlich etwas später geworden bei Biekebrennen. Wir haben auch gestern irgendwie alles ein bisschen querbeet getrunken. Von Tee mit Rum über Punsch, der natürlich auch Rum enthält bis hin zu, was haben wir getrunken? Flens. Ich glaube, ich hatte so ein Flenswinterbier. Das war ein Bockbier. War ein bisschen stärker. Und insofern bin ich heute noch ein bisschen zerknittert. Aber ich glaube, den anderen geht es nicht besser. Der Wecker ist eigentlich auch ganz gut heute. Es war ein bisschen bewölkt. Aber eben war die Sonne da und ich glaube, die kommt auch gleich wieder. Bin ich von überzeugt. Was ich aber jetzt nochmal machen werde, bevor wir losfahren, ich werde euch kurz die Wohnung hier zeigen. Wirklich klasse. Wir haben so einen kleinen Ofen hier. Das kann man hinter uns sehen. Das ist jetzt gerade natürlich nicht an. Aber abends haben wir die dann an. Manchmal auch morgens kriege ich Fahrt auf. Wenn der an ist, dann müssen wir die Heizung gar nicht anmachen. Das wird so bullig warm hier. Aber ich wollte euch jetzt hier erstmal die Wohnung zeigen. Okay. Ja, hier sehen wir das Wohnzimmer. Das ist eine kleine Terrasse. Das sieht wirklich ganz nett aus. Die Küche ist direkt integriert. Ja, hier. Kühlschrank. Was ungewöhnliches. Schön gefüllt. Aber das haben wir selber gemacht, logischerweise. Kaffeemaschine ist da. Wasserkocher. Alles. Logischerweise. Hier. Guck mal, Ofen haben wir hier. Ofen. Was ist denn da drin? Folie. Gut. Also, wenn man selber backen will, kann man das auch tun. Hier haben wir eine Spülmaschine. Muss man nicht sehr hart waschen. Ganz richtig. Kleiner Abstellraum. Hier brennt irgendwie immer Licht drin. Es gibt keinen Schalter, haben wir uns gesagt. Bücher haben wir auch. Gesellschaftsspiele. Ja, hier geht es um die Ecke nach oben. Das ist wirklich eine kleine Maisonett-Schärlingwohnung. Hier oben haben wir dann den Schlagbereich. Wirklich ganz nett. Also, ich schlafe hier gut. Ich schlafe hier wirklich gut. Ist ganz gemütlich. Und, äh... Hier, der Blick aus dem Fenster. Und, was wir hier hinten haben, wenn wir wieder zurückgehen. Oh, links. Ist das Badezimmer. Das ist auch ganz nett. Boi. Wenn wir mal das Fenster aufmachen. Guck mal, hier ein Hinterhof. Ja. So sieht auf Ammo ein Hinterhof aus. Wirklich ganz schockelig, ne? Überall die kleinen Rehhäuser hier. Hier ist die Dusche. Oh, ganz nett. Ja, das war's. Aber es reicht ja. Das war's. Und wir machen das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Wie ist es denn zu fassen? Was? So, Wachablösung Genau Der fällt ein laufend Pilot anscheinend, ne? Ich habe mir nicht den Eindruck, dass der da mal zu unterhält Ne Der wird die Runde ins enforcement. Das ist ein F Squeeze Ich habe mir nicht den Eindruck, dass ich die Runde dabei gebe. Ich habe mir nicht den Eindruck, dass wir euch nicht verabschieden, aber ich habe es, dass wir die Runde mit dem Kopf haben, Ich bin dann hiermit den Eindruck, dass ich mir gemacht habe. Ich habe ein F похintικός, aber ich hatte das Gefühl. Ich habe mich, du hast ein如果你 Santa Mart, aber ich habe ein Korrektur. Ich habe eine gute Idee, habe ich schon immer wieder verstanden. Ich habe einen deutschen Anfang an. Ja, wir sind auf dem Rückweg noch in Dietmarschen vorbeigefahren, genau wie gesagt in Kaiserwellenkog. Denn hier haben Freunde von uns eine alte Dorfschule gekauft und dann Pensionsbetrieb aufgemacht. Und man hat wirklich den Eindruck, als sei man hier mit einer Zeitmaschine hingekommen. Wir gehen da gleich mal rein und schauen uns das mal an. Moinsen. Moinsen. Aber wo ist eigentlich der Peter? Wo ist eigentlich der Peter? Wo ist eigentlich der Peter? Das ist ein Wettbewerb. Der braucht Zwischengas, ne? Ja, auf jeden Fall. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Ich muss aber langsam aufsteigen. Ah! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017